Hallo zusammen! Hi! Hallo Erfurt! Hallöche! Das ist eine geile Physik. Gefällt mir. Echt cool. Schön. Ja, echt? Ja. Oh, seitdem ich hier bin. Oh Gott. So, naja. Bestimmt. So, meine Aufgabe ist es jetzt, den Marc anzukündigen. Den Marc kennt ihr ja schon. Sicher, ne? Der war ja eben schon auf der Bühne. Aber ich muss ihn jetzt mal richtig groß ankündigen. Ihr sollt bitte alle mal zur Bühnennähe kommen. Bitte mal. Alle hier mal hier hin. Da steht ja ein Baum. Wieso? Was denn? Ja. Okay, also. Einen riesen Applaus, ladies and gentlemen, für Marc! Vielen Dank, vielen Dank. Ich bin so ein netter Kollege, ne? Vielen Dank, Tom. Bitte, bitte. Es ist total... Aber es fühlt sich. Es fühlt sich? Ja. Wenn man einfach noch weiter Quatsch, dann wird es immer... Ja, genau. Wird es immer voller. Guck mal, habt ihr die mit den komischen Haaren gesehen? Was sind das denn für welche? Oh, was komische Haare wäre. Achso! Sieht aus wie... Ja, das sind meine Schwestern. Das sind meine Schwestern, ganz klar. Ist denn die weibliche Variante von Tom? Ja, die haben sie ja in der Mitte. Ich habe sie ja eher in der Außen. Aber es sieht ja schön aus. Guck mal, guck mal da. Das sind wirklich Hammer. Das sind die Trolls. Ja, immer vor 10 Minuten der Föhn explodiert. Hallo! Was ist explodiert? Föhn. Aber ich finde es cool. Was ist bei dir explodiert? Bei mir ist der Föhn auch mal explodiert. Wächst nicht mehr. Achso. Man wird hier sehr kritisch angemacht aus der ersten Reihe. Echt? Warum? Zwischendurch? Ja, sie hat aber eben auch so nett gewohnt. Ja, genau. Aber das schwingt ganz schnell hoch. War ja schon ein paar Mal, den hier herfühlt. Ach, warst du schon? Ja, schon ein paar Mal. Echt? Schön. Jetzt bist du mit Tomo hier. Ja, ich könnte mal die Mitte ein bisschen füllen, weil Marc möchte das Geld schreiben. Das tut dann tierisch. Genau. Wenn ich nachher hier von der Bühne springe, lasst mich bitte nicht auf den Boden fallen. Ich sage mal, wir machen jetzt mal ein bisschen Musik, oder? Ja, genau.